Noch etwas angeschlagen von den Anstrengungen der vergangenen Überseereise nach Amerika, blättert Siegmund Freud im Herbst 1909 in seinem Arbeitszimmer in einem Buch italienischer Sprache. Es geht in dem Buch um die Kindheit und Jugend Leonardo da Vinci's. Der Autor, ein Mann namens Conamilio, zitiert eine Randbemerkung aus dem Codex Atlanticus, einer Sammlung von Zeichnungen, Skizzen und wissenschaftlichen Betrachtungen Leonardos. Im Abschnitt über das Flugverhalten der Vögel, welche Leonardo als Vorbild für den Bau von Fluggeräten diente und damit die Bionik, also die Übertragung natürlicher Phänomene, auf technische Geräte begründete, gleitet Freuds Blick zu der Notiz Leonardo, die es Conamilio dem Codex Atlanticus entnommen hatte. Es scheint, dass es mir schon vorher bestimmt war, mich so gründlich mit dem Geier zu befassen. Denn es kommt mir als eine ganz frühe Erinnerung in den Sinn, als ich noch in der Wiege lag, ist ein Geier zu mir herabgekommen, hat mir den Mund mit seinem Schwanz geöffnet und viele Male mit diesem seinen Schwanz zwischen meine Lippen gestoßen. Eine Notiz, die die sonst so sachliche und detaillierte Darstellungsart Leonardos verlässt. Eine persönliche Notiz. Eine Erinnerung an die frühe Kindheit Leonardos. Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci. Scheinbar beiläufig hingekritzelt, nichts Wesentliches, kaum der Rede wert. Freud hält inne. Ist es nicht gerade das Beiläufige, das Randständige, das scheinbar Unwichtige und Unwesentliche, das mir so wichtig ist? Nicht das, was ins Auge fällt und unsere Aufmerksamkeit erzwingt, ist Ausgangspunkt meines Denkens. Einige Jahre später wird Freud diese Methode in der Schrift der Moses des Michelangelo beschreiben und den Kunstexperten Morelli erwähnen, der Gemälde aufgrund von Nebensächlichkeiten als Fälschungen entlarvte. Freud wählt in der Analyse der Psyche einen ähnlichen Weg. Träume oder Versprecher werden zu wesentlichen Indizien für psychische Vorgänge. Freud betrachtet die Notiz noch einmal. Er liest sie laut vor, obwohl sich in dem Zimmer niemand außer ihm befindet, der ihm zuhören könnte. Es scheint, dass es mir schon vorher bestimmt war, mich so gründlich mit dem Geier zu befassen. Denn es kommt mir als eine ganz frühe Erinnerung in den Sinn, als ich noch in der Wiege lag, ist ein Geier zu mir herabgekommen, hat mir den Mund mit seinem Schwanz geöffnet und viele Male mit diesem seinen Schwanz zwischen meine Lippen gestoßen. Freud hatte sich schon Zeit seines Lebens für Leonardo da Vinci, aber auch für Michelangelo und die italienische Renaissance begeistert. Ihm kommt in Erinnerung, dass er die Kindheitserinnerung bereits früher schon einmal gelesen hatte. War es in dem Leonardo-Buch des russischen Autors Merischkowski, einem seinen Lieblingsbücher? Die Antwort steht nur wenige Meter entfernt im Bücherschrank. Das Interesse Freuds an da Vinci reicht viele Jahre zurück. Zunächst las er viel über ihn, dann suchte er dessen Werke auf seinen zahlreichen Italienreisen auf. Ob er sich die Mona Lisa während seines Studienaufenthalters im Jahr 1895 in Paris im Louvre angeschaut hat, ist unbekannt. Das Lächeln der Mona Lisa, einem der größten und mit Sicherheit populärsten Rätsel der Kunstgeschichte, findet Freud einen doppelten Sinn. Es ist einerseits die schrankenlose Zärtlichkeit, andererseits die unfeilverkündende Drohung, welche Leonardo von seiner Mutter in frühester Kindheit erfuhr. Im Gemälde ist diese ambivalente Beziehung ins Bild gebracht. Und auch in der Kindheitserinnerung ist im Stoßen des Geiers in den Mund des Kindes die Heftigkeit der Liebkosungen durch die Mutter zu erkennen. Es ist unbekannt, ob Freud die Mona Lisa im Original in Paris sah. Bekannt ist jedoch der Besuch Freuds des Klosters Santa Maria der Le Grazie in Mailand, in dem er das Abendmahl Leonardos bewundern konnte. Wenig später schreibt er an seinem Freud Vlies, Leonardo, von dem kein Liebeshandel bekannt ist, war vielleicht der berühmteste Linkshänder. Oft schon hatte Freud sich Gedanken zu den Werken des Künstlers, aber auch zu dessen Charakter gemacht. Jedoch wagte er es nie, diese auch zu veröffentlichen. Freud wusste schon einiges über das Leben der Vincis, aber war es genug, über seine frühe Kindheit, die er mit seiner leiblichen Mutter, einem Bauernmädchen, ohne den Vater, der als Notar in Florenz arbeitete, in dem toskanischen Ort Vinci verlebte. Über den Umzug zu seinem Vater im fünften Lebensjahr, der dort eine andere Frau von Stand geheiratet hatte und ihn als leiblichen Sohn akzeptierte. Freud war bekannt, dass er in Florenz in der Werkstatt Verrocchios seine Lehre machte. Verrocchio, dessen stolzes Reiterstandbild eines Condottier Freud in Venedig bewundern durfte. Verrocchio, der neben Leonardo, Perugino, Ghirlandaio und Decredi in seiner Werkstatt ausbildete. All dies war Freud bekannt. Doch auf all diese Größe fällt ein dunkler Schatten. So soll Leonardo für das Abendmahl drei Jahre, für die Mona Lisa vier Jahre gebraucht haben. Diese Langsamkeit, Leonardos, ist für Freud bereits Symptom. Symptom, dass der Hemmung und Unentschiedenheit in der Ausführung geschuldet ist und die Leonardo letztendlich dazu führt, sich von der Malerei zu verabschieden und den Wissenschaften zuzuwenden. Darüber hinaus widerspricht sich die Persönlichkeit Leonardos. Auf der einen Seite ist er ein überaus friedfertiger und feinfühliger Mensch, der Vögel auf dem Markt kauft, um sie freizulassen. Auf der anderen Seite der oberste Kriegsingenieur Cesare Burgas. Eines jedoch überragt die Besonderheiten der Persönlichkeit Leonardos. Seine kühle Sexualablehnung. Leonardo selbst bezeichnet den Sexualakt als abscheulich. Auch in seinem Werk dominiert, freudfolgend, Brüderie und ein Mangel an Erotik. Abstinent ist Leonardo aber ausschließlich in heterosexuellen Beziehungen. Im Lebenswandel Leonardos spürt Freud homosexuelle Züge auf, so zum Beispiel in einer Anzeige wegen verbotenen homosexuellen Umgangs, die mit Freispruch endete und in dessen Beziehung zu seinem Schüler und Erben Francesco Melzi. Ein Schlüssel zu Leonardos Sexualablehnung liefert eine ihm zugeschriebene Äußerung. Man kann etwas weder lieben noch hassen, ohne es zunächst erkannt zu haben. Für Freud eine klare Form der Rationalisierung, die Leonardo vom Künstler zum Forscher machte. Also, erst wenn ich jemanden kenne, kann ich ihn lieben oder hassen. Eine Aussage, die für Freud schlicht falsch ist. Wir lieben oder hassen gerade auch, weil wir jemanden nicht oder nur wenig kennen. Entscheidend ist für Freud und der Liebe nicht das Wissen, die Erkenntnis des Anderen, sondern das Gefühl, das Begehren dem Anderen gegenüber. Für Freud, für Leonardo ist das gerade umgekehrt. Für ihn ist die denkerische Tätigkeit Voraussetzung der Liebe. Erst wenn wir jemanden erforscht haben, können wir ihn lieben. Für Freud ist das eine innere, unbewusste Strategie, die überwältigenden Triebkräfte, die sich im Gefühl ihre Wirkung suchen, zu umgehen, aber nicht auszuschalten. Ein Ausschalten der Triebkräfte ist nicht möglich, denn Leonardo hatte Leidenschaft nur in Wissenstrang verwandelt. Die Ausdauer, die Stetigkeit oder die Vertiefung des Forschens sind der Leidenschaft, den Trieben geschuldet. Ist Erkenntnis gewonnen, lässt Leonardo die Triebkräfte strömen wie ein vom Strom abgeleiteter Wasserarm, nachdem er das Werk getrieben hat, so Freud. Doch im Laufe der Zeit kann der Wissenstrang auch zum Ersatz für die Leidenschaft werden. Leidenschaft tritt dann keine mehr auf. Ein Grund für die Leidenschaftslosigkeit des Lebens des Leonardo da Vinci. Die stürmischen Leidenschaften erhebender oder verzehrender Art, in denen andere ihr Bestes erlebten, scheinen ihn nicht getroffen zu haben, so Freud. Wie erklärt sich nun Freud diese Transformation einer Leidenschaft zu einem Forscherdrang? Der Weg der Erklärung führt über die Kindheit und die Sexualität. Gerade bei Erwachsenen mit einem hohen Wissenstrieb können wir in der Kindheit ein hohes sexuelles Interesse und große Triebkräfte beobachten. Diese führen das Kind in seiner unergründlichen Neugierde zu der Frage nach der Herkunft des Menschen, die oft nach der gefürchteten Geburt eines Geschwisterchens auftaucht. Es ahnt zwar, woher die Kinder kommen könnten, aus dem Essen, aus dem Darm oder mithilfe des Vaters, Freud nennt dies die infantile Sexualforschung, jedoch ist ihm der Sexualakt unvorstellbar, sodass die Frage unbeantwortet bleibt. Das Kind verfällt in Depression, die noch durch Sexualverdrängung verstärkt wird. Drei Wege bleiben dem havarierten Kind. Entweder die Hemmung des Sexual- und Forschungsinteresses, so verbleibt das Kind in einer neurotischen Denkhemmung, oder die intellektuelle Entwicklung ist stark genug, um die sexuelle Begierde in ein permanentes Grübeln oder Zweifeln zu modifizieren, oder die Sexualenergie wird unter Umgehung von Denkhemmung und Denkzwang sublimiert, was eine Betätigung des Triebes im Dienste des intellektuellen Interesses mit sich bringt, das sexuelle Themen meidet. Letzter Weg trifft auf Leonardo da Vinci zu. Doch kommen wir auf die Kindheitserinnerung des Leonardos zurück, die für Freud ein wesentliches Indiz für die Sexualhemmung Leonardos ist. Es scheint, dass es mir schon vorbestimmt war, mich so gründlich mit dem Geier zu befassen, denn es kommt mir als eine ganz frühe Erinnerung in den Sinn, als ich noch in der Wiege lag, ist ein Geier zu mir herabgekommen, hat mir den Mund mit seinem Schwanz geöffnet und viele Male mit diesem seinen Schwanz zwischen meine Lippen gestoßen. Soweit die verwendete Übersetzung aus dem Italienischen von Freud. Eine Kindheitserinnerung unterliegt zwar einer gewissen Nachbearbeitung des erinnernden Erwachsenen, sie enthält jedoch durchaus einen wahren Kern. Entstellt wie ein Traum, sträubt sie sich wieder einer sinnhaften Enträtselung. Mit psychoanalytischer Kenntnisnahme ist die Kindheitserinnerung schlicht und ergreifend die Darstellung eines oralen Verkehrs. Ein Schwanz wird in den Mund des Erinnernden gesteckt und viele Male in den Mund gestoßen. Der Zeitpunkt des Erinnernden, nämlich die Zuordnung in die Stillphase Leonardos, ist für Freud eine Reminiszenz an die orale Phase, die Aufnahme der Muttermilch aus deren Brust die moralen Verkehren der Sexualität des Erwachsenen eine Wiederholung erfährt.